Ja moin, heute erkläre ich euch, warum es diesen Anzug hier bei H&M für 85 Euro gibt und diesen Anzug hier von einem englischen Maßschneider für um die 5000 Euro und was es noch so dazwischen gibt und was das Beste für euch ist. Aber zuerst das Intro. Also, zurück zu diesen beiden Herren und Anzügen hier. Wie gesagt, H&M 85 Euro, englischer Maßschneider von der Severo, um genau zu sein, um die 5000 Euro. Das ist eine ziemlich große Preisspanne und ich würde gerne mal erklären, woran das liegt, dass Anzüge so unterschiedlich teuer sein können. Der erste große Punkt ist selbstverständliches Material. Der H&M Anzug hier besteht beispielsweise aus 80% Polyester, 17% Viskose und 3% Elastan. Also zu 83% aus Kunstfasern und 17% aus Regeneratfasern. Das ist ein Stoff, der von Weitem einigermaßen aussieht, aber ansonsten nur eine Priorität hat, nämlich möglichst billig, billig, billig sein. Außerdem wurde dieses Ding hier in Bangladesch, in einem Niedriglohnland, unter ziemlich schlechten Arbeitsbedingungen hergestellt. Das Ding hier auf der anderen Seite besteht zu 100% aus Schurwolle, und zwar qualitativ hochwertiger Schurwolle. Wo schon der Stoff unter viel, viel besseren Arbeitsbedingungen hergestellt wurde. Und der Anzug selber ist in Großbritannien zusammengenäht worden, auch unter deutlich besseren Arbeitsbedingungen als in Bangladesch. Ein weiterer wichtiger Grund, warum es so große Preisunterschiede bei Anzügen gibt, ist die Herstellungsweise. Bei billigen Anzügen wird viel mehr mit Maschinen gemacht, und ein ganz zentraler Punkt ist das sogenannte Rever, das ist das hier am Anzug. Das soll ja, auch wenn der Stoff etwas dünner ist, immer so eine bestimmte Form haben, und das wird bei billigen Anzügen erreicht, indem man da Stofflagen zusammenklebt, also in so eine feste Einlage, die das Ganze eben in Form hält, die wird da rein geklebt. Das geht natürlich viel, viel schneller, als wenn man das pikiert, also mit der Hand macht. Das ist auch ein riesiger Unterschied in der Herstellungsweise und dadurch auch in der Anzahl Arbeitsstunden, die da reinfließen. Unabhängig davon, wo das von wem gemacht wird, unter welchen Arbeitsbedingungen, ist Konfektionsware oder Stangenware auf jeden Fall wirtschaftlicher herzustellen, weil es eben Einheitsgrößen sind, ich weiß nicht, 80, 50, 52 und so weiter, die eben im Akkord, man kann sagen, am übertragenen Fließband hergestellt wurden, im Vergleich zu einem Mars-Atelier, wo im Extremfall ein einzelner Schneider oder eine einzelne Schneiderin eine One-Man-Band oder eine One-Woman-Band sozusagen alles macht, also von den Beratungsterminen, vom Zuschnitt über die Ausfertigung, die ganzen Details wie Knopflöcher und so weiter bis zum Schluss, die Anproben. Das ist nicht so wirtschaftlich, es ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, aber das führt auf jeden Fall auch zu viel höheren Arbeitskosten im Verlauf der Herstellung. So, was gibt es jetzt noch dazwischen? Dazwischen gibt es die sogenannte Mars-Konfektion, das ist ein Zusammenbau der Wörter Konfektion, also etwas feiner für Stangenware und Mars-Schneiderei. Das, was wir eben gesehen haben, auf der teuren Seite, sage ich mal. Bei der Mars-Konfektion ist es so, dass man grundsätzlich auch Einheitsgrößen hat, aber diese Einheitsgrößen können an verschiedenen Stellen auf den Körper des Kunden oder der Kundin angepasst werden. An wie vielen Stellen das der Fall ist, das ist erstmal offen. Generell bleiben auch viele andere Fragen der Herstellung erstmal offen, deswegen ist auch die Preisspanne bei Mars-Konfektionen immer noch wahnsinnig groß, von 300 Euro in etwa bei sehr, sehr billigen Online-Mass-Konfektionen, wo man das zusammenklickt und mit sehr günstigem Material das Ganze trotzdem in Fernost gefertigt wird und zum Beispiel auch eher geklebt als genäht, bis zur 2000 Euro Mars-Konfektion, die sich immer noch, aber eben kaum noch von der Vollmaß-Schneiderei unterscheidet. Da wird eben dann auch schon mit sehr hochwertigen Materialien gearbeitet und es wird sehr viel mit der Hand gemacht. Die Frage ist jetzt, wie kann ich überhaupt Mars-Konfektion unterscheiden von Stangenware oder von Vollmaß-Schneiderei? Naja, der Vergleich zur Stangenware ist relativ einfach. Wenn ich Sachen von der Stange kaufen kann und direkt anziehe, dann ist es auf jeden Fall schon mal keine Mars-Konfektion. Die Abgrenzung zur Vollmaß-Schneiderei ist tatsächlich manchmal etwas schwieriger. Ein ganz zentraler Marker sind auf jeden Fall die Anproben. Wenn es im Kaufprozess keine Anproben gibt, dann ist es auf jeden Fall keine Vollmaß-Schneiderei. Das Wort Mars-Anzug ist leider auch in Deutschland nicht geschützt. Deswegen spricht man in der Szene oder im Englisch eben von bespoke. Das ist eindeutig. Im Bespoke-Prozess gibt es immer Anproben. Ein Mars-Anzug oder etwas, was in Deutschland als Mars-Anzug beworben wird, kann sowohl Mars-Konfektion als auch echte Mars-Schneiderei sein. Seid da auf jeden Fall vorsichtig. Und zu guter Letzt, was ist jetzt das Richtige für euch? Ja, das müsst ihr erst mal selbst entscheiden. Meine persönliche Empfehlung ist, wenn ihr in Stangenware reinpasst und auch eure Ansprüche, eure Vorstellungen mit Stangenware befriedigt werden können, dann wählt die Stangenware, denn da bekommt ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, logischerweise mit einem begrenzten Budget. Plant aber auch immer ein, dass ihr mit der Stangenware zum Änderungsschneidern müsst, denn Stangenware passt nie perfekt von der Stange. Selbst wenn ihr einen Körper habt, der im Prinzip dem entspricht, woran die Einheitsgröße gemessen wurde. Die Vollmaßschneiderei auf der anderen Seite ist auf jeden Fall keine rationale Entscheidung, um es mal hart zu sagen. Wer Vollmaßschneiderei wählt, ist entweder leidenschaftlich bei der Sache oder hat sehr, sehr, sehr spezielle Vorstellungen, die eben durch Konfektion oder Mars-Konfektion nicht befriedigt werden können. Für alles dazwischen eignet sich auf jeden Fall die Mars-Konfektion und da habt ihr, wie gesagt, auch nochmal eine große Spanne. Achtet nur bitte darauf, Produkte zu wählen, die unter gescheiten Arbeitsbedingungen hergestellt wurden, aus gescheitem Material. Also auch ein verklebtes Revier ist jetzt beispielsweise kein Showstopper. Denkt nur drüber nach und bezahlt beispielsweise für ein verklebtes Revier eben keine 1.000 Euro. Lasst mir bitte ein Abo da, es würde mich sehr freuen, wenn wir bald mal die 1.000 überschreiten, damit ich den Kanal monetarisieren kann. Ansonsten empfehle ich euch hier mein Interview mit Joe als nächstes oder ein Video zum Thema Hochzeitsanzug. Vielleicht ist es ja bald bei euch soweit. Macht's gut, bis dann. Ciao.